ich glaube ich für den rucksack warum glaube ich nicht nur kühe also du brauchst normales wenn es wie in den anderen modpacks ist brauchst du erst mal strings dann brauchst du leder das musst du aber zuerst verarbeiten und ich glaube ich kann jetzt tatsache schon mit der besseren tinker sache anfangen und damit haben wir auch gleich die möglichkeit alle ohrs die abgebaut werden zu verdoppeln was haltet dann davon so und zwar schmeiße ich jetzt hier rein ein stack clay ein stack sand und ein stack und bekomme hier graut raus zwei stacks hatte vorhin schon mal irgendwo eine chili seeds oder sowas ich habe momentan alles ich habe momentan alle sammle ich gerade felder bauen will also ich hab die liest noch in der hand aber es macht nichts ja das zeug hier was ich gerade hingeschmissen habe ist grout das baust du aus sand gravel und clay und das schmeißt du in den ofen und brennst ist und da bekommst du steinchen raus und diese steinchen da können wir gleich eine smeltry draus bauen was auch immer das ist quasi der beste weg um schnell viel erz aus dem zeug schnell ein lager ja man kann blöcke oder barren das geht alles also ja wir brauchen wahrscheinlich wirklich schnellen lager es wäre jetzt günstig wenn ihr versuchen würdet keine ärzte direkt einzuschmelzen weil das wäre schade um die ärzte ok dann bauen wir einfach hier unser lager hin würde ich sagen wie groß muss das sein groß 600 mal 600 weg dann bitte unter der erde danke ich schieße mir jetzt ein maschinengewehr für mich unter der erde willst du nichts auf die platte dynamit ziehen wir wollen das nicht schon wieder machen wir haben letztes mal dann sieht man ja oben nichts wir können ruhig das lager alle oben hin bauen ja ich bin auch voll dafür ja und zwar aber bitte kein lager turm rotha bitte nein ich mache einfach nur für das lager turm lager 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ein lager turm wäre doch eigentlich total korrekt wir sind ja auf 72 wir können bis 256 hey da sollte mein feld hin ich sehe schon ihr spreche ich schaufel mir das hier frei ich merke nicht mehr auf wiedersehen ratamon wir brauchen kein feld hier am haus wer will denn sowas mach dein feld unterirdisch ich hau ab ich gehe einfach ein stück übers haus und mach da oben in den baum das lagerhaus rein also wenn wir irgendwann mit pipes arbeiten wollen weiß ich nie ob da ein turm so praktisch ist klar legst du einfach eine seite hoch hast du nichts mehr aber hier ist doch voll die gute fläche unten für ein lager das lager unten rein weil das reicht von der fläche das muss ja eher lang gezogen sein oder so ein lager also ganz ehrlich so viel platz braucht das lager nachher gar nicht doch selbst mit logistik pipes nicht wirklich aber das hier wäre doch hübsch hier rein das lager ist doch cool das soll man ja auch sehen ja kann man doch und dann baust du das bis hier oben hin wo es also so vom form von der höhe her und dann machen wir ein glas dach da kann man die monster angucken ich komme ich helfe dir hier und gleich die auch die fläche mal an wenn du magst also schon mal nach 1 unten ach boys du machst es uns wieder so schön wohnlich hier danke ja mach mal jetzt bist du jetzt beleidigt wolltest du es lieber eins höher machen nein du kannst ruhig anrufen ich bin nur gerade konzentriert ich will nur ungefähr abstecken wie groß ich das machen will gerade groß ich bin nicht beleidigt ich bin einfach nur wie gesagt konzentriert ich bin einfach nur wie gesagt konzentriert ich bin was machst länger das ist ja die breite 16 ja dann ist das doof ja dann machst breite er kommt jetzt doppelt so und das geht dann bis ich würde sagen reicht es bis hier das gute länge dann ja die größe sollte auf jeden fall für den anfang ausweichen man kann ja noch eine etage runter gehen oder hoch oder was auch immer ich habe leider keine schippe ich kann ihn direkt nicht weg machen willst du eine schippe haben jetzt gerade nicht du machst ja schön alles alles vielleicht weg da unten ja ich warte quasi auf meinen grout dass er dadurch brennt und dachte dann kann ich aber hier was abholen ja eben wo ist das jetzt hier das ist diese linie hier glaube ich glaube ich der witz ist nur ich brauchen einmal lava das weiß ich jetzt schon und ich weiß noch nicht wie ich da ankommen soll maßen einmal ja genau bei den fiesen monstern da unten diese monster wo wir beschützen das sind immer halt zu dritt oder so und zwei machen die monster platz und eine sucht ja das wollte ich schon dass dein garten da gar nicht hin passt weil es so viele verschiedene pflanzen gibt das heißt nicht dass du da was bauen darfst du hast dann viel zu wenig platz ich sag's dir nur schon mal dann bauen wir halt dann machen wir nämlich ein glas dach und da machen wir da drunter dass die sonne durch kommt da drunter nämlich ja machen wir da drunter schönen ja garten ja garten 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 es wird schon wieder dunkel mädchen 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 das ist ja schon zwei hochjährige und da muss auch mal die erde weg unter diesen gehen wir schlafen welche von euch da ist nicht du kennst und ich liebe nein ja irgendwie wird es dunkel aber jetzt merke ich gerade was hier scheiße ist ich habe die musik an ja ich schlafe verstehe genau das ist dann das ist wandhöhe genau muss ja eh noch eins tiefer gehen oder hier ja klar aber da muss ja die wand nicht so tief da kann ja erde bleiben an der ecke aber da du jetzt ja hier muss ja der boden rein oh mein gott was denn ich habe gerade schon zwei schaufeln verballert hierfür was die gehen ziemlich schnell kaputt holz und so ein stein ja das ist ich werde jetzt glaube ich einfach mal eine aus kupfer bauen oder so halo jetzt gleich mal erst eine ruby spitzhacke bauen kann mal jemand schwarzes holz oder sowas besorgen schwarzes holz wieder eine seele oder irgendwas schwarzes halt halo geht nicht verdammt ich weiß nicht ob kupfer eingepflegt ist nein kupfer ist auch nicht eingepflegt verdammt okay ich brauche ich hoffe die voice weiß dass da bevor ihr sie da oben ihren garten angelegt hat und was will die mine nein ist mir egal die mine ist mir egal die ist ja unten so lange sie uns ist und nicht hoch geht und mein garten kaputt solange die mine unten ist und nicht von allein hoch kommt ist alles in ordnung ich bräuchte halt nur einfach nur drei eisen für den eimer drei eisen für den eimer ich habe schon sechs eisen verbraucht für spitzhacken macht ja noch einen kupfer eimer ich habe gerade ein ein eisen gebrannt und in die dings gemacht kann man nicht kupfer machen müsste auch gehen oder für wasser reicht das doch ja egal hauptsache ein eimer verdammte axt ne 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 nicht axt eimer nicht axt eimer was sind das oh die sind ja toll ich habe ich keine abbauen ja ich habe kein marble mehr gibt kein marble mehr ich habe hier gerade noch marbel hier ist marbel oder ist das marbel nee das ist sorry das sieht nicht aus wie marbel und es gibt aber marbel ja logisch ausbauen wir gerade in der lagerhalle ich hab hier shale was ist denn shale für ein zeug auch irgendein stein kram es gibt ja 600 verschiedene stein möglichkeiten das ist ein böser spawner finde ich gar nicht gut ein spawner ja cool nicht kaputt machen bitte merken da können wir dann hier mit den turtles hier die mit schwert machen und mit brain in a jar und xpv bauen direkt einfach die koordinaten es geht schon inzwischen einfacher mit dem grinder und dann mob essence sammeln ja eben grinder genau mob essence sammeln obwohl die turtle idee finde ich gut ich wollte ich nicht immer mal bauen ich habe zwar nicht immer ich habe momentan keinen bocken turtle zu programmieren aber so von der sache her ist eine gute idee übrigens die tinker sachen da steht dann einfach kaputt dran also die gehe nicht mehr ganz kaputt die sind dann nicht weg die kann man dann reparieren in der table ok mit dem material aus dem man es gebaut hat irgendwie habe ich das ich grabe mich hier zu tode wie gerne muss ich jetzt haben wir noch eisen oder sowas irgendwie auch ein eimer was ich gerade gemerkt habe wir haben ja hier bei uns gleich gummibäume perfekt ja ja die dürfen wir nicht abholzen wurde mir verboten die brauchen wir wieder für die kabel ja verboten sagt er ach du hast ja alles nur shared bricks haben wir haben kein metall mehr womit man sich spitzer machen kann das ist denn hier los ey wir haben so viel zeug und nix da ist bestimmt es ist normal dass diese kristalle erfahrungspunkte geben die lilanen ja und die weißen die weißen geben was anderes glaube ich die haben glaube ich ein buff es wir haben zwei verschiedene einfach unser vier ist das blöd oder was ja es gibt juni feier der macht das nachher wieder ganz also du es gibt tatsächlich ein gerät was dafür sorgt dass es keine probleme mit den geräten gibt ja gut das ist wie die angst von angst selbst genau das ist mein neuer gesichtsschutz okay damit sein schönes gesicht nicht kaputt geht genau ein mann hält ja viele stücke auf sein gesicht auf sein gesicht also ja 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 das wir das geklärt haben wir haben es verstanden geben sich ich habe lodestone gefunden ist das nicht wenn man daraus einen eimer machen kann ja übrigens mit wir haben auch hier mehr als gut crafting themen was ist denn eine schad und muss man mitnehmen so eine schad also stein zum beispiel eine eine ehrschad ach so das ist von form craft das ist magie mod ja magie magie glaube ich ja lustig wer klaut hier meinen eisen weil der verrückt ich habe gesagt wenn ihr wenn ihr das ist die brauche ich gleich ja ich habe gesagt also wenn wenn ihr das durchziehen wollt hier tausend folgen sind drin nur mit den mods auch gut ich will sterben naja langweilig wird das ok mir ist ja jetzt schon voll langweilig ich dachte wir schaffen 2000 hier mit der mod ja meinetwegen auch 2000 mir ist das egal ich habe zeit aber heute abend sowieso wenn dann nur so eine minute lang aber das ist ja egal haben wir noch irgendwo sticks holz irgendwas sticks hab ich ja warum haben wir denn drei verschieden warum haben wir drei bunten swords warum macht ihr sowas das war ich vorhin habe ich doch gesagt oh sticks geil ich dachte mir ich brauche drei holzschwälzer also baue ich einfach drei ich habe nicht eins gebraucht ah ok nein ich habe vier gebaut ich habe eins verbraucht aber dafür ist deine fläche hier gleich dirt frei das ist geil ich brauche dann muss ich nur noch wieder marvel finden ich hoffe du hast nicht vor den ganzen boden auch aus marvel zu machen nee der boden wird woanders raus gemacht da überlege ich mir noch was hat er mir mal ein schwarzes holz gefunden und es geht gleich auf die suche achso den rand braucht ich ja nicht machen weil du gesagt hast das ist der boden richtig die reiß ich noch mal ab weil die ist ja quasi ein zu niedrig aber setzt sich noch mal eher drunter ja warte mal kurz ich ich hole mal noch schnell ein kleines lustiges werkzeug wenn ich das mal schnell zusammengebaut kriege das macht dann was das erntet dadurch das hohe gras schneller ab und bringt uns mehr zeug daraus ich überlege nur grad wie das war da gibt es eine stone sickle ja hast du ein bisschen erde? kannst du mir ein bisschen erde mitbringen? und was hier wieder drunter sitzt? ich habe mich keine ja da habe ich genug in der tasche ja haben wir zufällig dreimal äh ja flint da jetzt zwei drei das ist ja super aber jetzt kommt einer